Untertitelung im Auftrag des ZDF Untertitelung 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 des ZDF Schreibt jetzt in die Kommentare, dass ich dumm bin. Ah, ich hab ja Musik im Hintergrund laufen bei euch, ne? Da könnte ich jetzt einfach random zu irgendeiner Melodie singen und würde euch damit voll den Spielspaß versauen, weil es voll asynchron zu eurer Musik ist. Boah ey. Wie ich an dem Highlight-Video gesessen habe und beim Schneiden musste ich ja immer wieder oder teilweise immer wieder dieselben Stellen hören. Und an der einen Stelle hört man halt genau mein Handy vibrieren. Und jedes verdammte Mal greife ich nach meinem Handy und gucke drauf, ob eine Nachricht gekommen ist. Aber ich kann jetzt nicht, keine Ahnung, einen 75 Trilliardenstelstunden Marathon machen. Wow. unoote du auch mit du und es wird beobachtet wenn sie blaming traian Ich liebe deine Stimme. Darf ich sie heiraten? Decay! Mobding, der ist so geboren. Ich hab heute auch einen Clown gef... ...gefällt mir, yeah, und hype mich in den Himmel. Die Spannung steigt. Werden wir wieder... ...auf bösartige Skelette. Dunkle Zombies. Oder gar... ...teleportierende Endermänner treffen. Aber wir haben dann... Wuh! Oh Mann, ey. Ich guck nur noch hinter diese Wand. Dann hör ich auf, versprochen. Voll der Risky Boy. Mir ist... ...bei meinen Videos ne... ...gewisse Qualität... ...des Videos... ...schon wichtig. Das Minecraft LP, das fühlt sich schon ganz alleine hier auf dem Kanal... ...es sucht Freunde mit. Na du Wasser, ich mach dich weg. Vielen Dank, dass ihr... ...euch die Videos auch anguckt... ...und ich endlich die Möglichkeit habe... ...an das zu tun, an dem ich super viel Spaß habe. Wieso baue ich eigentlich das Wasser da zu... ...wenn ich einfach nur da einen Block setzen muss. Naja. Äh... Aber worauf man auf jeden Fall mal eingehen kann... ...sind... ...die Oscar-Verleihungen. Und ich will sagen... ...wie sehr mir das... ...auf den Sack geht. Ich meine es ist... ...in meinen Augen definitiv... ...das größte und wichtigste... ...auf unserem Planeten aktuell... ...die Ungerechtheit... ...oder die Ungleichheit... ...auszugleichen. Und wir... ...kacken... ...auf... ...Trinkwasser. Wel... ...Dias! Geil, ey! Alter! Die wollen mich doch verarschen. Wel... ...nein, nicht... Wo ist mein Bogen, wenn man ihn braucht? Fuck, 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 fuck... Wir fliegen in die Luft! Ha, 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 ha! Oh, Mann! Ich will ein Spinnen treffen! Da hätten wir die, die sich da sind, sehen! Kommt nur her! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Alter, da ist noch eine! Ah, äh... Hier sind zu viele! Okay, die hätten wir... ...die hätten wir auch... ...da ist noch eine... ...äh... Wie das hier grad klingt, ey... Wuh, da ist er! Alter! Und da... Alter, alter! Scheiße, ich bin in den Spinnfäden! Da ist ein Zombiespawner irgendwo, oder? Die deutsche Synchronisationskunst ist jetzt nicht gerade die gesegnete... Aber dafür brauche ich noch ein bisschen mehr Holz! Äh, wieso komme ich nicht rein? Stirb! Dann ein bisschen... Äh... ...spitschen! Alter! Zunge! Kack einfach ab! Finalserie, die... Ich hab' jetzt auch grad vergessen, wie die heißen... ...und... ...ALTER! Der Leck... ...hat uns grad' das Leben gerettet! Ich hab' schon nach vorne gedrückt und war' auf dem Weg, da reinzugehen... Boah! Tja, das erste Mal, dass ich mich über die schlechte PC-Leistung von mir freue!